Sprichst du schon einfühlsam? Falls nein, so geht's. Wusstest du, dass es viele verschiedene Arten von Intelligenz gibt? Diese sind unterschiedlich verteilt worden auf uns Menschen und niemand beherrscht sie alle. Die beiden wichtigsten im Umgang miteinander sind die soziale Intelligenz und die emotionale Intelligenz. Letztere sorgt dafür, dass wir nicht wie menschliche Abrissbörnern durchs Leben poltern und andere ständig vor den Kopf stoßen. Sie verbindet uns auf eine Weise, die unbezahlbar ist. Leider ist sie aber auch etwas, das man nicht wirklich lernen kann. Man könnte sich allerdings ein wenig darin üben, einfühlsamer und sensibler auf seine Mitmenschen zuzugehen. Ein paar nützliche Tipps hätten wir diesbezüglich für dich. Beispielsweise könntest du an deiner Sprache feilen. Die folgenden 10 Sätze attestieren dir Empathie und lassen sich sofort als einfühlsames menschliches Wesen in Erscheinung treten. Wenn du noch nicht Teil unserer großartigen Community bist, dann laden wir dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um zukünftig keine spannenden Videos mehr zu verpassen. Nr. 1 Ich habe mich geirrt Beginnen wir mit einem Klassiker, der bedauerlicherweise viel zu selten das Licht der Kommunikationswelt erblicken darf. Zuzugeben, wenn man sich geirrt hat, kostet ein wenig Überwindung. Mehr jedoch nicht. Uns wird kein Zacken aus der Krone fallen und unser Ansehen kann dadurch höchstens noch steigen. Die andere Seite fühlt sich gerecht behandelt dadurch, sieht sich im Recht, das mögen wir alle gern, oder? Und weiß außerdem, dass sie dir vertrauen kann. Nr. 2 Lass uns gemeinsam eine Lösung finden Diesen Satz sollten wir nur anbieten, wenn wir die Lösung für ein bestimmtes Problem auch schon vor Augen haben. Es bringt nichts, jemandem falsche Hoffnungen zu machen. Andererseits reicht manchen Menschen auch schon die Aussicht darauf, dass sie mit einem Problem nicht allein gelassen werden. Damit signalisierst du Hilfsbereitschaft und Mitgefühl. Nr. 3 Möchtest du darüber sprechen? Es gibt fast keine Krise, die nicht augenblicklich an Schrecken verliert, wenn man darüber spricht. Das gute alte Reden hilft, ist kein Mythos und kein Klischee. Sich jemandem anvertrauen zu können, ist aber immer eine Erleichterung. Sei nicht verwundert, wenn man dieses Angebot nicht sofort annehmen wird. Manche Menschen sind es nicht gewohnt, sich zu öffnen, schon gar nicht, wenn sie Angst haben, sich zu blamieren. Nr. 4 Ich weiß es nicht Wer hätte das gedacht? Ein simples Ich-weiß-es-nicht macht uns sofort sympathisch und stärkt das Vertrauen in uns. Auf andere Menschen wirkt dieses Geständnis ausgesprochen beruhigend. Es zeigt, dass sie nicht allein sind mit ihrer Ratlosigkeit. Jede und jeder von uns ist einmal überfragt. Das ist menschlich und nur natürlich. Es zuzugeben hingegen verlangt ein gewisses Maß an Größe. Nr. 5 Ich bin für Dich da Unbezahlbar in jeder Hinsicht ist dieser Satz. Wir dürfen es nie für selbstverständlich nehmen, wenn jemand an unserer Seite bleibt, egal was das Leben so bringt. Umso wertvoller sind diese Worte. Sie bieten Sicherheit und sind in besonders ausweglosen Situationen der ultimative Rettungsanker. Wir sollten diesen Satz viel öfter sagen. So manche Beziehung und Freundschaft würde dadurch gewinnen. Man hofft zwar, dass es so ist, aber sicher sein kann man sich ohne diese Rückversicherung nicht. Nr. 6 Du bist mir wichtig Auch diesen Satz sollten wir viel öfter laut aussprechen, als wir es im täglichen Miteinander tatsächlich tun. Er ist eine schöne und unprätentiöse Variante des Ich-Liebe-Dich nur um einiges vielseitiger. Mit dieser Meldung kannst du dir aus den Fugen geratene Welt eines anderen Menschen rasch wieder ins Lot bringen. So manche Verzweiflung wird dann souverän in die Wüste geschickt. Nr. 7 Es tut mir leid Ja, auch dieser Klassiker zwischenmenschlicher Kommunikation scheint ein wenig aus der Mode gekommen zu sein. Eine aufrichtige Entschuldigung ist Gold wert. Eine vorgetäuschte oder lässig hingeworfene hingegen ist den Sauerstoff nicht wert, den man für sie verbraucht. Wenn du erkennst, dass du im Unrecht warst, dann sprich diese Worte aus. Meine jedes Einzelne davon und sorg vor allem dafür, dass sich die Geschichte nicht wiederholt. Nr. 8 Ich schätze deine Bemühungen Diese Worte klingen vielleicht ein wenig gönnerhaft, aber es ist wichtig, dass man den Aufwand sieht, den manche Menschen betreiben. Nicht jedem von uns fallen dieselben Dinge leicht. Einige Leute haben schon zu kämpfen, nur um ihren Alltag zu bestreiten. Helfen soll man grundsätzlich denjenigen, die sich auch selbst helfen. Wenn du diese Motivation erkennen kannst, passt diese Wortmeldung ideal. Nr. 9 Das muss schwer für dich sein Bei manchen Lebens- und Leidensgeschichten passt tatsächlich nicht so richtig, was wir sagen könnten. Das Gängige, ich weiß genau, wie das ist, ist leider immer eine Lüge, denn niemand weiß wirklich, was in einem anderen Menschen vor sich geht. Entscheide dich stattdessen für, das muss schwer für dich sein. Dieser Satz bringt sehr viel Empathie zwischen den Zeilen und wir signalisieren damit, dass wir zumindest versuchen, uns in diese Lage hineinzuversetzen. Nr. 10 Ich kann verstehen, wie du dich fühlst Dieser Satz ist ein wenig knifflig. Zum einen ehrt es uns natürlich, wenn wir uns derart bemühen, uns in das Gefühlsleben einer anderen Person hineinzuversetzen. Andererseits kann das niemand wirklich von sich behaupten. Das Stichwort hier ist Verstehen oder Verständnis. Eine missliche Lage braucht dieses Zugeständnis ganz dringend. Unser heutiges Fazit Brich mit Gefühl, dann machst du es dir und anderen leichter. Nicht immer wartet unser Mund darauf, dass unser Verstand grünes Licht für eine Wortspende erteilt. Einige von uns sind derart unsensibel, was Sprache betrifft, dass man sich am liebsten die Ohren zuhalten würde. Leider können wir nicht nur höfliche und nette Menschen bestellen. Wir müssen mit denen leben, arbeiten und auskommen, die der Alltag uns serviert. Und ändern? Ändern können wir genau eine einzige Person, nämlich uns selbst. Es wäre daher nicht verkehrt, beim Thema emotionale Intelligenz auch hier den Hebel anzusetzen. Wir können so viel bewirken, indem wir als freundliche und empathische Zeitgenossen durchs Leben gehen. Unsere Mitmenschen jedenfalls werden es uns danken. Du weißt nicht, welche Kämpfe dein Umfeld ausfechten muss. Sei nun nicht auch noch ein Kriegsschauplatz für sie, sondern komm in Frieden. Denk kurz nach, bevor du sprichst und vergisst nie, wie froh du selbst in einer Krise wärst, wenn dir jemand eine helfende Hand reicht oder dir zumindest mit Verständnis und einem offenen Ohr begegnet. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald! Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald!